Unsere History-Daten sind ab sofort in der Datenbank, absolut safe. Und diese Problematik, ständig History-Daten zu verlieren, sind ab heute passé. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant. Und zwar möchte ich mich heute mal einem Problem annehmen, was mit Sicherheit die meisten von euch kennen, die Home Assistant im Einsatz haben. Und zwar geht es um die Datei Home Assistant v2.db. Diese Datei ist die History-Datenbank für Home Assistant, heißt da werden alle Zustandsänderungen drin protokolliert. Und wenn ihr in dem Menü auf der linken Seite auf History klickt, dann seht ihr da die Daten, die in dieser Datei abgespeichert sind. Ja, aber von was für einem Problem reden wir denn jetzt eigentlich? Also der erste Indikator, dass ihr ein Problem mit dieser Datei habt, ist, wenn ihr auf History klickt und Home Assistant euch sagt, er findet keine Daten. Denn dann ist meistens diese Datei korrupt. Das ist aber noch der harmloseste Fall. Im schlimmsten Fall startet euer Home Assistant gar nicht mehr oder irgendwelche Integrationen funktionieren nicht mehr. Und in vielen, vielen Fällen wird einfach empfohlen, löscht mal einfach diese db-Datei. Das ist aber halt ziemlich ärgerlich, denn man möchte diese Sensordaten ja auch irgendwann mal auswerten. Und wenn man die alle paar Tage löschen muss, dann geht das nicht. Ich möchte euch im heutigen Video einfach mal einen Weg zeigen, wie ihr das Problem komplett aus der Welt schaffen könnt, diese Datei nie wieder löschen müsst und somit eure Sensordaten für immer behalten könnt. Ganz kurz beschrieben, bevor wir loslegen, wir installieren uns dafür die Datenbank MariaDB. Diese kommt direkt im Supervisor als Integration mit Home Assistant mit. Wir müssen also gleich nur auf Installieren klicken, dann ein bisschen in der Konfiguration einstellen, dass der Rekorder eben nicht mehr diese Home Assistant V2DB Datei benutzt, sondern direkt seine Daten in diese neu installierte Datenbank schreibt, den Home Assistant neu starten und dann war es das eigentlich auch schon. So, aber ich zeige euch das natürlich jetzt nochmal Schritt für Schritt, damit ihr auch ganz genau wisst, was ihr zu tun habt, damit dabei auch nichts schief gehen kann. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt direkt und wechseln mal runter ins Büro. Ja, hier seht ihr jetzt mein Home Assistant und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Nochmal eben kurz zur Erinnerung, worum ging es? Es ging um die Datei Home Assistant V2DB, also um diese Datei. Die wird leider immer mal wieder zu Problemen führen, also versuchen wir sie abzuschaffen. Was müssen wir dafür als erstes tun? Als erstes gehen wir mal hier in den Supervisor, gehen hier oben in den Add-on Store und suchen jetzt hier einmal nach MariaDB. Da ist sie schon. Diese wählen wir aus und klicken hier einfach mal auf Install. Das dauert dann einen kleinen Moment. So, und die Installation ist abgeschlossen. Das einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist einmal hier oben in die Konfiguration wechseln. Dann sehen wir jetzt hier Databases Home Assistant, Logins Home Assistant Passwort Null. Dieses Passwort würde ich euch empfehlen zu ändern. Ich setze jetzt einfach hier mal alles auf Home Assistant. Das heißt, er erzeugt eine Datenbank Home Assistant. Er erzeugt einen Benutzer Home Assistant mit dem Passwort Home Assistant oder was auch immer ihr natürlich dann hier hinschreibt. Und Rides sorgt dafür, dass der Benutzer Home Assistant auch Zugriff auf die Datenbank Home Assistant bekommt. Das speichern wir, gehen wieder auf Info, achten noch mal darauf, dass hier Start on Boot auch wirklich aktiv ist. Das ist in dem Fall jetzt wichtig, weil die History-Daten fallen natürlich immer an. Das heißt, die MariaDB, die muss immer gestartet sein. Und jetzt klicken wir hier einfach mal auf Start. Und dann könnt ihr auch direkt auf der rechten Seite sehen, dass die Integration jetzt läuft, denn er zeigt uns jetzt hier CPU und Arbeitsspeichernutzung an. Wir schauen zur Sicherheit mal eben kurz ins Log. Scrollen mal ein bisschen nach unten. Und sehen jetzt hier, er hat die Datenbank erzeugt, er hat den Benutzer erzeugt und hat die Serviceinformationen an Home Assistant gesendet. Insofern hat hier alles funktioniert, die Integration ist erfolgreich gestartet. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Home Assistant diese Datenbank auch verwendet, um alle History-Daten zu speichern. Dafür wechseln wir jetzt mal in den File-Editor, denn wir müssen jetzt unsere Datei Configuration.yaml bearbeiten. Das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr die Samba-Freigabe zum Beispiel aktiviert habt, über einen beliebigen Texteditor eurer Wahl machen. Ich scrolle jetzt hier auf jeden Fall mal nach ganz unten. Hier habe ich schon einen Kommentar Entity-Recorder hinzugefügt. Und hier stellen wir jetzt ein, dass Home Assistant alle History-Daten in unsere gerade installierte MariaDB einträgt, anstatt in die bisher vorhandene Home Assistant V2DB. Schauen wir uns dazu aber mal eben kurz die Dokumentation von dem Recorder an. Das ist also die Dokumentation vom Recorder in Home Assistant. Hier steht es auch nochmal, der Recorder ist zuständig dafür, die Daten in die Datenbank zu schreiben, welche dann später von der History verwendet werden. Hier stehen einem mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Man kann MariaDB nutzen, MySQL, PostgresSQL und den MS SQL Server. Und der Standard ist SQLite. Also unsere Home Assistant V2DB ist eine SQLite-Datei und wie wir eben gesehen haben, befindet sich diese im Config-Ordner. Aber die interessiert uns ja nicht mehr, die wollen wir ja ablösen. Was müssen wir denn dafür tun? Natürlich brauchen wir in der Configuration YAML als erstes mal den Eintrag Recorder. Der reicht aber natürlich nicht, sondern wir brauchen als erstes einmal noch die DB-URL, also einen Pfad zu der Datenbank, in dem wir dann auch mitgeben, welchen Benutzer soll er verwenden, welches Passwort soll er verwenden und welche Datenbank möchten wir nutzen. Der Rest interessiert uns hier erstmal nicht mehr. Das nächste, was wir verwenden werden, ist das Commit-Intervall. Hiermit geben wir an, wie oft die Daten in die Datenbank geschrieben werden sollen. Der Standard steht auf einer Sekunde, das heißt, er sammelt immer eine Sekunde alle Datenänderungen und schreibt sie dann im Sekundentakt in die Datenbank. Wenn wir nochmal nach hier oben scrollen, gibt es hier aber noch eine kleine Notiz. Und zwar richtet die sich gerade speziell an Raspberry Pi-Nutzer mit einer SD-Karte. Denn wenn die Datenbank auf der SD-Karte installiert ist und wir im Sekundentakt schreiben, kann sich das auf die Reaktionszeit von eurem Home Assistant auswirken und zusätzlich natürlich auch auf die Lebenszeit eurer SD-Karten. Denn ihr wisst, die Schreibzyklen sind begrenzt und insofern sollte man davon absehen, wenn irgendwie möglich, dauerhaft auf der SD-Karte zu schreiben. Und genau dafür ist eben der Parameter Commit-Intervall. Und hier wird empfohlen, einen höheren Wert, zum Beispiel 30 Sekunden einzustellen, heißt Home Assistant sammelt 30 Sekunden im Speicher alle Zustandsänderungen und schreibt sie nur noch alle 30 Sekunden in einem Rutsch weg. Und genau das werden wir auch tun. Wir setzen also nachher auch noch den Parameter Commit-Intervall. Und dann habt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, mit dem Parameter Exclude bestimmte Domains oder gezielte Entities von der Protokollierung auszuschließen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, alles was mit Device Tracking zu tun hat, das interessiert mich nicht, das möchte ich mir nicht in der History speichern, dann habt ihr mit Exclude Domains die Möglichkeit, alle Device Tracker von der History auszuschließen. Genauso könnt ihr es andersrum definieren und könnt sagen, include und tragt bei Domains zum Beispiel nur eure Sensoren ein. Also include Domains Sensor. Dann würden nur noch Sensoren protokolliert und alles andere würde er weglassen. Heißt, include fällt sich genau andersrum, das ist also eine Whitelist. Sobald ich das angebe, werden alle anderen Entitäten sofort ignoriert. Das hier ist jetzt mal ein Beispiel für so include oder exclude. Heißt, hier würden zum Beispiel alle Entities vom Domain-Typen Alarm-Control-Panel und alle Light-Entities protokolliert. Aber das Küchenlicht, Light-Kitchen-Light, würde nicht protokolliert. Das hier wäre also die Ausnahme von allen Light-Entities. Das nur mal eben so noch als Beispiel. Das werde ich jetzt gleich in unserem Fall nicht verwenden. Aber damit ihr wisst, was ihr für Möglichkeiten bei dem Recorder habt und ansonsten verlinke ich euch auch nochmal hier die Dokumentation. Dann könnt ihr das Ganze im Detail auch nochmal nachlesen. Fangen wir jetzt an, unsere Configuration YAML zu bearbeiten. Fangen wir an mit Recorder, Doppelpunkt. Dann in der nächsten Zeile zwei Leertasten und db-url, Doppelpunkt. So, und jetzt kommt die Adresse von unserer MySQL-Installation und zwar mysql.doppel-slash. Jetzt kommt der Benutzer. Das war bei uns Home Assistant. Doppelpunkt. Darauf folgt das Passwort. Also in unserem Fall wieder Home Assistant. Oder was auch immer ihr da angegeben habt als Passwort. Dann kommt ein Add-Zeichen. So und jetzt kommt hier Core-MariaDB. Das ist nämlich unser Host, auf dem unsere MariaDB läuft. An der Stelle vielleicht eine kurze Randnotiz. Ihr habt auch die Möglichkeit, die MariaDB zum Beispiel auf einer anderen Maschine oder auch auf der gleichen in einem Docker-Container zu installieren. Solltet ihr die extern installieren wollen, dann müsstet ihr hier die IP von eurem Host angeben, auf dem die MariaDB läuft und eben nicht Core-MariaDB. Für die Integration muss hier aber Core-MariaDB stehen. Hinter dem Host-Namen schreiben wir wieder einen Slash und den Datenbanknamen. In unserem Beispielfall wieder Home Assistant. Am Ende müssen wir ihm noch den Zeichensatz mitteilen. Das machen wir mit Fragezeichen Charset gleich UTF-8. Speichern wir schon mal. So und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Commit-Intervall. Also in die nächste Zeile wieder zwei Leertasten und Commit-Intervall, Doppelpunkt 30. Nochmal speichern und fertig. Jetzt haben wir Home Assistant mitgeteilt, dass er eben seine Daten nicht mehr in die lokale Datei schreiben soll, sondern auf unsere neu installierte MariaDB-Integration. Speichern soll er nur noch alle 30 Sekunden. Ja, und insofern können wir jetzt in die Einstellungen wechseln. Auf Serversteuerung. Wir prüfen einmal unsere Konfiguration und sagen jetzt Neustarten. Okay, und jetzt müssen wir kurz warten. So, unser Server ist neu gestartet. Und zum Überprüfen reicht jetzt eigentlich schon ein Blick in die Benachrichtigungen. Wir sehen, es gibt keine. Und das ist auch gut so, denn benachrichtigen würde er uns jetzt hier nur, wenn etwas schiefgelaufen wäre und er den Rekorder nicht hätte starten können. Weil zum Beispiel der Benutzer, das Passwort oder sonst was in der URL falsch ist oder ähnliches. Dann hätten wir jetzt hier sofort einen Fehler bekommen. Haben wir nicht. Insofern funktioniert das Ganze. Wir prüfen es aber trotzdem mal eben und schauen mal ins Logbuch. Und dann sehen wir, hat er jetzt hier schon einige neue Sensordaten erkannt. Einige ist gut, es ist sogar schon jede Menge. So, aber um zu testen, ob das Ganze jetzt wirklich funktioniert hat, sagen wir jetzt mal, wir hätten gerne die Daten vom 12., also von gestern in meinem Fall. Und dann seht ihr, keine Logbucheinträge gefunden. Und insofern können wir davon ausgehen, er hat wirklich jetzt alles umgestellt auf die neue Datenbank. Natürlich, bei diesem Umstellen gehen jetzt noch einmal alle Daten, die wir bisher erfasst haben, verloren. Aber ab jetzt brauchen wir uns da keine Gedanken mehr zu machen. Unsere History-Daten sind ab sofort in der Datenbank absolut safe. Und diese Problematik, ständig History-Daten zu verlieren, sind ab heute passé. Ja, soviel zum Thema nie wieder History-Daten in Home Assistant verlieren durch Löschen der Home Assistant V2DB. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben oder ihr noch irgendwelche Fragen haben, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn ihr Hilfe zum Thema Home Assistant braucht, schaut gerne bei uns auf unserem Discord vorbei. Link dazu findet ihr auf dem Kanal bzw. auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch, abonniert auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, verabschiede mich hiermit und sag einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!